Moin Leute, was geht? Herzlich willkommen auf meinem Kanal zurück. Es fangen schon wieder die neuesten Leaks und Infos und das Hype-Aufgestarrte für das neue COD und für Warzone 2 an. Und bevor ich euch ein paar Sachen darüber erzähle, würde ich gerne die gesamte Community mal versuchen auf den Punkt zu bringen, wo jeder jetzt einmal kurz, der da irgendwie schon wieder anfängt zu sagen, Boah, es wird geil, neues Modern Warfare, neues Warzone. Ich weiß nicht, wie diese Community jedes Jahr aufs Neue schon nach 2 oder 3 Wochen anfangen kann, auf das neue Game gehypt zu sein, während das aktuelle Game, was Vanguard ist, was Warzone ist, was Caldera ist, was aber auch Modern Warfare 19 ist, weil es immer noch die Engine ist und Modern Warfare 19 wurde ja mittlerweile komplett kaputt gemacht. Also in Modern Warfare 19 kann man zum Beispiel Perks auswählen, die es nur in Warzone gibt und zum Beispiel spielt man im Multiplayer, man braucht nicht mal was Spezielles dafür tun, entweder mit einem unsichtbaren Skin, was jetzt schon wieder nichts Neues ist, oder man hat einfach anstatt 100 Leben 250 Leben, weil man drei Platten als Perk auswählt, was ja sonst nur in Warzone geht. Auf der PS5, auf der PS4, auf der Xbox ist es fast unmöglich, Modern Warfare überhaupt zu spielen, weil man andauernd aus dem Spiel rausfliegt, bevor es wirklich gestartet ist. Caldera ist komplett broken, Vanguard ist komplett broken, wir sind über drei Monate nach Release jetzt da und es ist immer noch nicht möglich, mit einer Party, bestehend aus Playstation und PC-Spielern oder Xbox und Playstation-Spielern eine Party zu starten, um eine Runde zu spielen. Entweder sucht das Game, aber es findet einfach keine Lobby, beziehungsweise es zeigt an, dass es sucht, aber es passiert einfach nichts. Oder, was auch geil ist, einem wird angezeigt, fünf Leute suchen, einem wird angezeigt, er ist aus der Party geflogen, dem dritten aus der Party wird angezeigt, dass nur noch drei Leute dabei sind, und dem vierten wird angezeigt, dass vier Leute dabei sind. Also, das gesamte Crossplay-Matchmaking ist komplett kaputt und das Einzige, was man dagegen machen kann, ist einfach, man spielt komplett alleine, in der Hoffnung, dass es dann startet, oder man spielt eben nur PC miteinander oder nur Playstation miteinander. Es ist unfassbar für mich, dass die Entwickler und die Verantwortlichen, die, egal wie dieser Sony und wie dieser Microsoft und Activision Trade jetzt noch weitergeht, das wird ja noch dauern, bis das alles finalisiert ist und bis Xbox da wirklich übernimmt. Es ist unglaublich für mich, dass die jetzt schon, nach drei Monaten, wo das Game, was gerade neu rauskam, und wo Warzone-Streamer, es ist egal wer, ob das irgendwie Hanky ist oder Kaiser oder Stylers, dass die keinen Bock mehr auf Warzone haben, was deren einfach tägliche Einkommensquelle ist, und sich alle neue Games suchen. Die Leute gehen rüber, teilweise spielen manche wieder Blackout, manche sind jetzt bei Apex rübergegangen. Die Zuschauer zahlen bei Warzone und gerade, obwohl Kaidera ja neu ist, diese Map ist so schlecht gemacht, es ist so schlecht optimiert. Nicht einmal der Shop funktioniert. Es gibt Bundles im Shop, die kann man weder anklicken, noch kann man sie kaufen, noch kann man sie ansehen. Wenn man draufklickt, wird einfach gesagt, du kannst es nicht kaufen. Wenn man verschiedene Bundles kauft, warum auch immer man in so einem Game solche Bundles kaufen will, läuft es mittlerweile darauf hinaus, dass man die Info bekommt, dass man jetzt eine STG-Variante bekommen hat, egal was ihr gekauft habt. Wenn ihr also euren Kauf einlösen wollt, kriegt ihr unter Umständen einfach anstatt der einen MP40-Variante eine STG-Variante. Und das Geilste an dem Ganzen ist, es gab dann nach zwei, drei Tagen einen Patch, da stand dann in den Patch-Notes, ja Leute, mit der STG-Variante, das war ja irgendwie nicht unsere Absicht, jetzt funktioniert es. Da haben Leute eine Stunde später mit dem Update die Variante gekauft und haben wieder die STG bekommen. In dem Shop steht teilweise nicht die richtigen Titel der Bundle, sondern einfach die Platzhalter, dieses MTX-Bundle sonst was. Geht mal in Warzone rein oder Rebirth, wählt die Panzerfaust aus, dann wählt ihr auf die Panzerfaust und geht danach daneben auf Waffenkammer. Dann kriegt ihr einen Death-Error und zwar 698 oder 689 oder wie er heißt. Den bekommt ihr seit drei Monaten, Leute. Seit drei Monaten sind diese Games draußen und nichts passiert. Und jetzt kommen sie und erzählen schon von, ja, Vanguard ist vielleicht nicht so gut, wir arbeiten aber dran, keine Sorge, alles wird besser. Jetzt, wir haben teilweise auf Twitch 2000 Zuschauer für Vanguard. Wisst ihr, was das bedeutet? Das Game ist jetzt schon tot. Und während Warzone sich mit 60.000 bis 90.000 so gerade noch hält, ist es so, dass teilweise Pokémon, Barbie und sonst was mehr Zuschauer haben, mehr Spieler. Gerade jetzt, wo man mit einer neuen Warzone-Map so richtig was hätte entfachen können, haben sie es noch mehr verschissen als sie Monate und Jahre zuvor. Die Atomatharnungen gehen zum Teil immer noch nicht. Ich habe den Multiplayer mittlerweile komplett aufgegeben und habe in den letzten sechs Wochen zweimal versucht, einmal Multiplayer zu spielen, um Waffen zu leveln, die man in Rebirth, so wie die Railgun, nicht freischalten kann oder Warzone. Das Ergebnis war, nach zweimal zwei Stunden im Stream of Twitch mit dem Chat, der mitspielen wollte und durfte, haben wir es entnervt gelassen, weil keine Lobby gefunden wird. Und selbst wenn man das Glück hat und man zu viert oder zu fünft oder auch nur zu zweit eine Lobby findet, ist es in der Regel so, dass man entweder gar nicht levelt. Es gibt einen Level-Bug auf den Konsolen und auf dem PC mittlerweile auch. Teilweise werden mir Level weggenommen, es werden falsche Level angezeigt. Also eigentlich ist das gesamte Game und der gesamte Multiplayer genauso wie Warzone komplett broken. Und zwar komplett. Und zwar drei Monate nach Release. Season 2 wurde jetzt auch verschoben auf den 14. und 15. Februar, damit sie Bugfixes implementieren können. Ich weiß nicht, wie man für sowas fast vier Monate irgendwann braucht. Es sind keine Spieler mehr da. Man braucht die Sachen bald nicht mehr fixen, weil keine Leute mehr da sind. Also ganz schrecklich. Und jetzt kommen eben die Infos. Warzone 2, Modern Warfare 5.0, Modern Warfare 19 Remastered. So soll man sich's wohl vorstellen. Soll ein Sequel oder Prequel zu MB19 sein, was jetzt kommt. Und wollen sie anscheinend jetzt im Juli, August bereits raushauen. Das heißt, nicht erst im Oktober, November, wie wir das eigentlich kennen oder Dezember, sondern viel früher. Damit man schön nochmal wieder Geld kassieren kann. Denn Vanguard verkauft sich nicht gut. Die MTX-Bundles werden nicht gekauft. Wie auch, die Hälfte der Bundles kann man gar nicht kaufen, selbst wenn man's wollte. Die anderen Bundles sehen absolut scheiße aus. Oder die Leute haben keinen Bock, sich ein Bundle zu kaufen, weil sie die Lobby gar nicht starten können. Es ist unglaublich, das überrascht mich jeden Tag wieder, wie ein Unternehmen wie Activision in der Lage ist, jeden Tag, bis letztes Jahr, 5 Millionen Dollar Umsatz zu machen mit MTX-Bundles, mit Skins und sonst was. Wenn irgendeiner von euch so arbeiten würde, und das über Jahre, er wäre elendig zugrunde gegangen, weil selbst der Staat ihm kein Geld gegeben hätte für so viel Inkompetenz, Dummheit und Arroganz und Frechheit. Auf jeden Fall sollen wir jetzt MW22 bekommen. Ich weiß gar nicht, wie Menschen auf die Idee kommen, dass das in irgendeiner Art und Weise gut werden kann. Dazu kommt Warzone 2. Es soll wohl endlich aufhören, dass Warzone, egal welche Maps dann ist, mit MB19, Cold War, Vanguard und wahrscheinlich dem MB22 zusammen gemischt wird, sondern Warzone 2 soll only für Next-Gen kommen, also nur für PS5, nur für Xbox Series S und X und natürlich PC. Die Old-Gen-Konsolen werden dabei nicht mehr supportet, das ist aber auch klar gewesen. Soll 23 releasen, also nächstes Jahr und soll eigenständige Engine haben, angeblich mit V-Slider, glaube ich absolut nicht dran, angeblich konstant 120 FPS, glaube ich bis heute nicht dran und 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 und. Witzigerweise ist es die letzten Jahre so gewesen, dass ich zumindest ein bisschen gesagt habe, ach komm, angucken kann man sich's ja mal. Aber ich will ehrlich sein, Vanguard ist vom Movement her das wahrscheinlich beste COD, was wir seit Jahren hatten und dieses Potenzial und Fundament ist komplett da, aber es ist komplett reingeschissen worden. Und auch nur den Gedanken daran zu verschwenden, jetzt irgendwas zu hypen, was Warzone 2 oder 3.0 oder 5.0 sein soll, mit Modern Warfare 5.0 oder 8.0, null Bock drauf. Ich glaube, dass die COD-Franchise aktuell so ein bisschen am Beatmungsgerät hängt und irgendwie nur noch versucht durchzuhalten, bis Xbox oder Microsoft komplett übernehmen. Aber auch dann muss man abwarten, denn am Ende des Tages sitzen dann höchstwahrscheinlich immer noch die gleichen Entwicklerstudios an den Games und wir spekulieren ja immer alle und sagen, ja, ja, Activision ist hier zum Großteil schuld und Activision hier und da. Leute, wenn Activision vielleicht weniger Schuld trifft, als wir glauben, werden auch die nächsten CODs, wenn dann überhaupt noch jemand diese Games spielen möchte, nicht besser werden. Meine Hoffnung ist natürlich, dass Microsoft mit Phil Spencer und Xbox da an der Front da wirklich mal ein bisschen was rauskommt, haushauen, denn letzten Endes ist der Zustand von der Franchise jetzt, und es ist egal, ob ihr Spieler fragt, Zuschauer streamen oder sonst was, komplett im Arsch. Und diese ganzen Leaks zu MW22 oder wie auch immer es heißen soll, angeblich ja MW2 einfach, was schon wieder so ein Hurensohn-Move ist, damit die Leute denken, MW2 neu, das kaufe ich mir auf jeden Fall. Das ist einfach der Name, genauso wie Black Ops Cold War. Hatte nichts mit einem Black Ops-Teil zu tun, ist natürlich der Name genannt worden, damit man da wieder Oldschool-Fans reinbekommt, die sagen, okay, den Namen kenne ich, Treyact-COD, das kaufe ich mir. Genau das Gleiche wird hier wieder passieren. Wenn irgendwas Interessantes zu Warzone 2 passiert, werde ich euch darüber berichten, aber aktuell würde ich mir wünschen, dass der aktuelle Multiplayer gefixt wird, denn am Ende haben wir alle 70, 80, 90, 100 Euro für den jetzigen Multiplayer ausgegeben, und ich würde ihn jetzt gerne spielen und nicht erst in eineinhalb Jahren spielen können, wenn eh keiner mehr da ist. Lasst mich eure Meinung wissen, Leute. Habt ihr Bock auf Warzone 2, oder seid ihr da wie ich und sagt, ich würde ganz gerne das aktuelle Game ein bisschen zocken können, bevor ihr an das nächste denkt. Lasst gerne ein Like da, lasst gerne ein Abo da, wenn ihr neu auf dem Kanal seid, oder immer wieder kehrt und kein Abo da lasst. Ich bin raus, haut rein.